Es ist ein Lied, das ich geschrieben habe nach dem Anschlag in Brüssel, der sich an den Anschlag in Paris angeschlossen hatte. Und es ist ein Lied, das versucht, den Mut, den man entwickeln muss, solche Sachen zu überleben, auch tatsächlich überall zu holen, wo man ihn kriegt. Das ist ein Lied, das ist ein Lied. Das ist ein Lied, das ist ein Lied. Das ist ein Lied, das ist ein Lied. 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 Das ist ein Lied.